RedSnack ist das innovative Rattenköder-System für ihre Abwasserkanalisation. Ratten, die sich in Abwasser- und Kanalrohren verschanzen, können zu erheblichen Schäden führen. Giftköder sind in der Umwelt nur sehr schwer abbaubar, reichen sich unter Umständen in anderen Lebewesen an und können im schlimmsten Fall zur Vergiftung von Wild- und Haustieren führen. Seit dem 1. September 2013 gilt die neue Biozidverordnung Nr. 528-2012. Seit dem 23. April 2016 drohen dem Verantwortlichen Strafen für vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Verordnung. Wir haben mit RedSnack die Lösung für dieses Problem. Das RedSnack funktioniert über das Taucherglocken-Prinzip. Durch Regen, Starkwetterereignisse und Kanalreinigungsarbeiten ist der Pegel im Kanal unregelmäßig. Die RedSnack Köderbox schützt den Köder jederzeit vor Verschmutzung oder Wegschwemmen. Durch den luftdichten Verschluss der Köderbox entsteht bei ansteigendem Abwasser ein Luftraum. In diesem lagert der Köder immer sauber und trocken. Die Qualität des Köders wird nicht beeinträchtigt. Mit Hilfe vom Taucherglocken-Prinzip wird komplett auf bewegliche Teile verzichtet. Somit ist die Störanfälligkeit der Köderbox durch etwa Toilettenpapier, Äste und sonstige in der Kanalisation vorkommende Verschmutzung ausgeschlossen. Die RedSnack Köderbox ist sowohl mit als auch ohne Elektronik verwendbar. Die Elektronik zählt zuverlässig die Anzahl der Ratten, die bereits die Futterstelle aufgesucht haben. Informieren Sie sich jetzt unter dieser Homepage oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Das ist tro gimmick. Die Flagg. Das ist ganz cool. Ich bin für diese Hände. Heute.